GAME OVER Willkommen zurück bei einer neuen Runde DAISY Ähm, ja bei der letzten Tragödie gestern, beziehungsweise des letzten Video habe ich meine wunderschöne M4 verloren, die ich gefunden hatte weil irgendein Spast oben auf der Feuerwehrstation am großen Airfield da rumgecampt hat oder wahrscheinlich unsichtbar war und ein Cheat aktiviert hat und mich einfach mal mit einem Einschuss geholt hat M4 ist weg, ich habe keine Sachen mehr, das heißt ich darf mir jetzt alles neu zusammensuchen Toll, freue ich mich schon richtig drauf, ja So, ich bin an der neuen Stadt gespawnt und ähm ich werde mir jetzt erst mal ein paar Sachen suchen hier Und ich hoffe mal, dass ich hier oft irgendwie L2-Spieler treffe oder so Dann mal hier trinken Und was noch? Oh, oh Äh, Canon Tuna Open Äh, machen wir Ofen hier Ofen machen und dann essen Genau Könnten sie mal fixen Diesen Sound So, da ist unterlichen Sprite Sprite Lemon Lime Alles klappt, okay Ja, trinken wir Drink Drink, 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 drink Jep, 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 jep Ah, ah, so Hier trunken habe ich Irgendwann mal weiter nach Oma Ich hoffe, dass da irgendwas brauchbares ist Warte mal, ich bitte Ich mach mal ein bisschen lauter hier Configuration Schließen, schließen So So Achso, ja, ähm Falls mit irgendjemandem interessiert, was ich mit Auflösung spiele Das werde ich euch mal kurz zeigen Äh, Video Ich nehme halt individuell auch so und so und so Benutzerinterface ist halt bla 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 So Und, ähm Ähm, ähm Die Qualität ist halt normal Ja, die Wolken Die Wolken interessieren mich eigentlich überhaupt nicht Die Texturen ist halt normal hoch, wa Äh, Grafikspeicher ist halt Weiß ich nicht, maximal Ist halt so Was sagt das? Rendering? Äh, ich weiß aber nicht Abiente, Detektiv Keine Ahnung, was das sein soll Ja, das sind jedenfalls meine Einstellungen halt Schließen Schließen, so Äh, ah, kipp mal hier Der erste Stock So, äh Der Server ist Ich glaube mal Mehr oder weniger voll Keine Ahnung, wie viele Spieler da jetzt so drauf sind Ich glaube, okay, einen Bock erst nachzuziehen Aber ich brauche erstmal was Kipp mal hier Schon mal eine schöne Hose Nein, die Taschenlampe will ich nicht haben Ich will nur die Racks haben So Ja, jetzt renne ich hier rum wie ein Ami, ey Äh, was liegt denn hier Oh, fressen Eat all Was liegt denn da noch so schön Da liegen Schuhe Ein Braun Radar Cup Und was ist das? Ja, das ist nimmer, wa Ach du Scheiße Äh, ja Ey, das ist ja unheimlich geil Das Spiel mit der Grafik aussieht Uh Das ist aber Naja, egal Äh, ich glaube das kann auch auf jeden Fall noch ein bisschen schöner aussehen Und nicht so verpixelt Was haben wir denn hier? Ach ja, das war meine Hose Hahaha So Was haben wir denn? WTF? Eine grüne SKS? Äh, das ist mir ja neu, dass man ja schon eine grüne SKS finden kann Aber was haben wir denn hier? Lederschuhe? Nehm ich die Lederschuhe? Oder behalte ich meine Meine Die sind dampft Okay Dann Wenn sie dampft sind, dann will ich sie nicht haben Weil Die sind dann halt nass So, was haben wir hier noch schon jetzt? Waffenlicht Eine Karabiner Und was ist das denn? Äh Angelhaken So ein Schwachsinn Braucht keine Sau Aber Ich hab Was ist das denn? Ne, das Pants Okay Hose brauche ich gar nicht Habe ich ja an Was liegt hier hinten? Ein Kompass? Brauche ich auch nicht, wie ich weiter gut ist Ich hab nämlich so ne Ich hab nämlich so ne Ich hab nämlich bei mir Nehmein meinem iPod So Ne schöne App rumzuliegen Und da hab ich dann halt die Karte Da weiß ich halt, wo ich dann lang gehen muss Bla 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 Und weg mich halt verlaufen Und dann drückt halt die Stadt mit dem Ortschild Und dann nimmt sich das alles schon seinen Lauf Hat er mal hier, Brown Jeans, okay Das ist Oh, trinken Was zum Teufel Auf jeden Fall war hier jemand gewesen Aber Rags kann man nie genug haben Also nehme ich die 6 Mammels wahr Hm, okay Pristine So, weiß ich Bescheid War ich hier schon drin gewesen? Ja In dem Raum war ich schon In dem Raum war ich schon Hm Ich hab übrigens mal ein paar Tests gemacht Mir ist aufgefallen Dass Ich war jetzt auf verschiedenen Servern gewesen Und Jedes Mal bin ich Äh Woanders gespawnt Irgendwie Keine Ahnung Ich glaub wenn man auf Einen der gleichen Server bleibt Dann 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 Spawnt man halt da Wo man sich ausgelockt hat Auf dem Server So Ich hoffe hier ist keiner Der mich jetzt niederbrezelt Weil ich höre Oh 45er ACP Ne 3 380er Handschellen Nimm mal mit Falls wir Geisel nehmen müssen Okay Oh Ich kühle langsam ab Walkie talkie Äh Was ist denn das? Hm Ne Ich brauch keinen TR-Schläger Haha Äh Ach ja siehste Jetzt kann ich nochmal gucken Ob das hier aufhielt Geht das auf? Tatsache Das geht auf So Ähm Das ist aber Belly Damage Dann kann ich das auch gleich hier aufmachen Dann kann ich das auch nämlich gleich fressen Eat all So Ich brauche Was zum Überziehen Ich brauch ganz schnell was zum Überziehen Ganz schnell Ganz schnell So Friss mal schneller Danke Energize Okay Gleich nochmal hinterher fressen Damit das Energize gleich Hellgrün wird Ehm Oha ihm ist kalt Hä War ihm nicht gerade noch kalt gewesen? Ja Gut Okay Dann Nehme ich das halt mal so hin So Und dann noch Drink Da liegt Und finden wir noch ein Schraubenzieher Da liegen irgendwelche Karoltepse oder was das sein soll Was haben wir hier? Nichts Bug Ja Karoltepse Da Klicke Aber 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 So Jut Hier scheint nicht mehr weiter zu sein Dann werde ich erstmal nach oben latschen Ey Wehe Da oben wartet einer Wehe Warum ist denn hier die Tür offen? Ich sehe aber auch wirklich keinen der sich hier bewegen tut Was sagt der Berg? Der Berg sagt nichts Ein completely soaking Ja Das ist schön für dich Dass du durch Nest bist Aber Das bringt mich selber nicht weiter Geht weiter nach oben? Ja komm Wir gehen weiter nach oben Wir gucken mal Gucken kann er nicht schauen Hier ist auch die Tür offen Tür mache ich mal zu Dann kann ich einmal nämlich Oh Ich schieße jemand auf mich Da oben ist einer Da ist einer Da war einer gewesen Der erste Sichtkontakt Mit einem Spieler Ich sehe ihn Da unten Da ist er Da unten an der Häuserecke Da wo mein Da wo der Punkt ist Da bewegt sich was Gut Weiß ich Bescheid Runter gehen Auf die Fresse hauen Und zwar ganz schön schnell Aber geduckt bleiben Steht der immer noch da? Ne Der ist weg Mir flattern schon wieder die Nerven Das ist ja auch nochmal Alter Boah ich brauche dringend Munition Wo kriege ich das am schnellsten SKS Munition her Aber ich habe ja Handschellen Ich kann ja Also freundlich sein Also tun Als ob ich freundlich bin Und dann werde ich ihn fesseln Und dann werde ich ihn ausrauben Diese kleine Nutte Ey mal gucken Ob der mein Plan jetzt funktioniert Den ich mir gerade so vorstelle Wo ist der immer noch da unten? Ja scheiße Ich kann nichts sehen Kacke Und da ich ja sowieso nicht habe Ich habe nur Rags Und ein paar Handschellen Also wenn er mich über einen Haufen mäht Dann Habe ich kein Pech gehabt Dann gehen wir mal In die Richtung Ey Wo war ich denn jetzt hier gewesen? Da lang muss ich Hier lang muss ich Hier lang muss ich So Die Daunenjacke Ziehe ich mal schnell an Dann gehe ich mal zu ihm hin Dann frage ich ihn mal Ob er freundlich ist Na wo ist er? Wo ist er? Ich weiß aber auch nicht mal Ob er auf mich geschossen hat gerade Der stand doch glaube ich An der Ecke da unten oder? Ja Ja ich bin richtig Ich laufe gerade richtig Da stand er An dieser Ecke Hier vorne stand er Warum ist er tot? Hä? WTF? Äh Äh Loote den mal Was hat er denn so schön Auf der an sich Pristine Ruiniert Äh Auf was hat er bitte geschossen? Keine Ahnung Warum ist er tot? Also das verstehe ich gerade überhaupt nicht Okay das ist mysteriös Da steht ein Zombie Okay mit dem Lege ich mich mal lieber nicht an War Ja ich habe noch keine Spitzhacke oder sonst sowas Oder Axt Oder ähnliches Wow 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 Äh Diese Diese Hurenkinder alter Äh Ich habe nicht mal einen Schritt gehört Oder ich habe gar nichts gehört Warum schießen die auf mich? Habe ich irgendwas getan? Nein habe ich nicht Ich habe nichts getan oder? Äh Okay 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 Alles klar Das ist der Beweis Keiner in DayZ ist freundlich Niemand Merkt euch das Wenn ihr eine Waffe habt Und die ihr Spieler seht Knallt den ab Ist mir scheißegal Wenn ihr nicht dran glauben wollt Müsst ihr töten Gut Alles klar Weiß ich Bescheid Äh Neustart Na wartet alter Wenn ich da jetzt zu spawne Dann habe ich ein richtiges Problem Alter Ich bin voll Ich wollte gerade Ich wollte gerade Direct Chat machen Also direkte Kommunikation Damit ich mit denen labern kann Äh Aber äh War zu spät gewesen Die haben mich ja schon Aber Aber hier Der 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 Mosin Schütze Ne der war ja mal die übelste Flasche gerade Ey Ich stand vor Zwei Leute standen gerade vor mir Ich stand mit auf der Straße Ja Haupt mit der Mosin Voll daneben Also Ne Also irgendwie Verkehrte Welt Hä Die Spasten haben mich schon wieder umgeleckt Ich Warum Warum machen die das Ich habe keine Waffe gezogen Ich habe zwar eine Waffe auf dem Rücken Aber ich habe sie nicht gezogen Und das ist Wo bin ich denn gespawnt Oh ich bin wieder am Arsch der Welt Alter Irgendwo was brauchbares hier zu finden Nicht mal eine Hose oder so Ja Oh Oh Schön Das haben wir in dem anderen Raum hier hinten Was haben wir denn hier Elektroschocker alter Was für ein Schwachsinn Oh mein Gott Ich frage mich Ob der Elektroschocker irgendwie Auswirkungen auf dem Zombie hat Äh Leck Oh es regnet nicht mehr Hm Oh Normal Alles normal So Was sagt der Server Status Oh Voll 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 Da drüben ist ein Spieler oder Ne das ist ein Zombie oder Ja das ist ein Zombie Dacht mir jetzt nicht dass meine Firefighter ruiniert ist WTF Warum zum Äh Meine Firefighter Ex ist ruiniert Warum Wo rennt denn der Zombie jetzt bitte hin Wo rennt denn der Zombie hin Wo rennt denn der Zombie hin Alter Äh WTF Was siehst du mein Junge Da hinten ist ein Spieler Da hinten ist ein Spieler Das ist nämlich das geile an Zombies Wenn die einen Spieler sehen rennen die sofort dahin Da sind zwei Spieler Ich will gehen mal Hallo Hello Äh F1 Wer 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 Alter Wer Wo Wo rennt er denn hin Wo rennt die hin Äh Ja genau Natürlich Ach Verdammte Axt Beenden Immer erstmal ne Waffe besorgen Zum verteidigen Bei Fressen und Trinken findest du wirklich an jeder Ecke Oh ne Grey Cargo pants Schön Oh die sieht sogar geil aus WTF Äh Ja egal Ist mir scheißegal ob sie ruiniert ist aber sie hat 6 Slots Boah Schock alter Das hat sich gerade so mega angehört das würde hier in der stehen Ist hier nochmal irgendwas offen Guck mal hier Ich weiß nicht ist das normal dass man ruinierte Sachen findet Was ist denn Was liegt denn hier in der Spritze Brauch ich nicht Kann man hier Kann ich die irgendwie anziehen Hallo Hallo Where are you Äh Up there Here Friendly You friendly Yeah sure Yeah I'm friendly German I'm friendly Äh Klein German English Klein Deutsch Klein wenig Okay 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 Das ist ein klein wenig Deutsch Hello 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 It's me Hello Ah okay okay Alles klar Okay Eine Black Cargo Pants Badly Damage Dann nehme ich doch lieber die Na ja wenn ich Naked finde Dann kann ich nämlich noch patchen Eine Feuerfighter Ohne Scheiß Geil Dass er die nicht gesehen hat gerade Doch ich glaube schon dass er gesehen hat Ja 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 hat ja eine Aber ich will so ein Basecap haben Nein das Basecap will ich nicht haben Das ist mir zu hell Dieser Spaß der lootet mir alles weg hier Mach doch die Tür auf Mach doch die Tür auf du Idiot Kannst doch reingucken Was hat man denn hier Na endlich Brown Hoodie Aber Aber halt Moment Ne ich habe ja Doch ich nehme Ich mache das mal lieber in Rex War Oh der Spaß ist garantiert In die Firestation reingerannt Oder will noch reinrennen Äh WTF Was Darum ist einer Oha 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 Darum ist also einer drinnen Okay Waffe Inom Umgelegt Und zwar Ganz schnell Bitch Bitch Das hast du doch schon jetzt Du hast Oh du hast Magnem Munition Na geil Nimm ich doch Ruiniert Und die hat aber auch Richtige Schuhe Ich töte dich mal lieber Bitch So Ruiniert Nein Ah warte mal Warte mal Äh Gut Kann ich reinpacken Sehr schön Äh Ruiniert Ist der Ah ist der Apfel ruiniert Ja Ist er Was hast du noch so schön jetzt Du hast ein Wöffelseck Du hast Du hast Pristine Rex Sehr interessant Nimm ich So Check Puls Has no Puls Okay Gut Nein Halt Ich kann die Leiche nicht verstecken Ohne Scheiß Wieso kann ich die Leiche nicht verstecken So Du dahin Du raus Und du auch raus Äh Danke Ja Ziehen wir mal die Knarre jetzt Keiner im Tower drinnen Military Boots Was haben wir hier für welche Oh dann nehme ich doch lieber die Boah ne mal das Sieht doch schon böse aus Sieht so richtig military mäßig aus Okay Oh ich wollte schon sagen Alter So mal lieber Handling War Damit sie uns nicht gleich erwischen So Ich muss das mal hier Wechseln Ich hab gesagt Wechseln Nicht einpacken Idiot Was haben wir denn hier Eine neue Brille War Schön Nimm ich doch mit Kann ich nie genug haben Hm Rollt nicht Aber irgendwie Kinderische Waffe hier Oh Ernst schnell Ernst schnell Ernst schnell Pack mal die Waffe ein Die wirst du gerade nicht brauchen So Was ich jetzt machen muss Ist ganz schnell Sein Und gucken Ob da irgendwas steht Ne ja Feuerlöcher Schwachsinn Brauch ich nicht So Hätten wir erledigt Sag mal Wollt ihr mich eigentlich völlig verarschen Beige Cargo Pants Ne Ihr könnt mir doch nicht erzählen Dass hier nirgendwo Streichhörter rumliegen Vor allem an solche Orten So Hier lang I'm slowly warming up Jetzt ist der schon Achso Ha Sorry Ich vergaß Na hopp Frisch schneller Schlampe Was ist dir Ey War der jetzt durstig Oder war der jetzt zu hungrig Ich hab Irgendwie Wegen Ach Verkehrte Welt Boah Scheiß Origin Sound Da drüben ist was Oder Gut Ne Ich hab mich getäuscht Was liegt denn hier Alle drum Okay Ah Geht mal trinken Bring mich trotzdem nicht weiter Ich brauch trotzdem Streichhörter Und Geht bitte jetzt Streichhörter Irgendwie Ich hab nicht meine Knarre Alter Ey Ich will die Keine Streichhörter Was ist denn das Für eine Wichse Mal ganz ehrlich So ich renne jetzt rüber Zum Tower Egal ob da einer ist Oder nicht Ich brauch Streichhörter Und wenn ich mich Wegen Streichhörter Umlege Also dann Deinstalliere ich Dieses scheiß Spiel Dann hab ich Keinen Bock mehr Auf Daisy Der Tower Bewegt sich nicht Noch nicht Noch nicht Was sagt der Server Sagen wir mal Boah Halbvoll Ich glaub 29 von 40 Spielern Sind da Glaub ich drauf Entweder ist die Tür Unten zu Oder die ist Auf Ich sehe das von hier Aus nicht Die scheint zu Gut zu sein Boah Die wurde zugemacht Und da ist ja wirklich Naja Die ist offen Fuck Ich gib's nicht Eltern Wo sind die Schreischhörter Ja und hier Ein schwarzer Bisskab Jetzt ist der Wieder hungrig Okay Okay Ohne Momento Uno Momento I'm Starving Ja Ich find Nirgendwo Streichhörter Die ist zum Ficken Alter Eicht Der ist einfach Zum Ficken Guck mal Was liegt denn hier draußen Schon nicht Ne Kaki Kriegt die Patchen Eigentlich Tatsache Geil Kann ich Nee Kann ich Nicht Scheiße Äh Ist nicht Dein Ernst Alter Geil Oho Down Ahahaha, Hure, Hure, was hast du denn so schon nicht gehabt, zeig mal hier, einen billig Rucksack gefressen hast du, fressen hast du, nehm ich doch alles an mich, wa? Hm, halt kaputt gemacht, schau da eigentlich, ne Black Cargo Pants hat die, oh die hat ein Hunting Backpack, dann nimm ich doch lieber den, ne, weine, Was ist denn noch so schön das hier drin, da? Hat die mich gerade erschrocken, die Schlampe, Alter? Ruiniert. Ich nehme die Hose, oder? Ja, ruiniert. Nimm mich die Hose. Äh. Äh, die hat sich bewegt, die Alte. Gut, hat keinen Puls. Okay. Okay. Äh, wo ist denn jetzt die Hose hin? Die Hose möchte ich gerne bitte haben. Black Cargo Pants nehmen. Gut. Hier ist Contensed. Ruiniert. Das ist alles ruiniert. Aber die Sturmmaske, die will ich haben. Die sieht besser aus als meine. Hahahaha. Combat Boots Grey. Black oder Grey? Ach komm, wir nehmen Grey, wa? So. Die Schlampe ist down. Und ich ziehe jetzt mal meine andere Weste hier an. Hm. Hm. Ach, nö. Komm. Hier. Hier. So. So. Wo ist die WTF, Alter? Wo ist die WTF, Alter? Ah, da ist sie ja. So. Freunde. Äh. Ja. Bin ich relativ zufrieden damit. Scheiße, die kann ich nicht nehmen. Kacke. Ähm. Was brauche ich denn hier nicht? Scheiße, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Wrecks kann ich hier oben rein machen, kombinieren. Dann kann ich die drei weg machen. Dann kann ich das hier hin machen. Das hier hin. Das hier hin. Das hier hin. Was brauche ich denn noch nicht? Äh. Was siehst du? Der ist ja hungrig. Kann ich nicht machen. Scheiße. Boah. Hab ich gerade mich erschrocken. Aber egal. Leute. Ich hab meinen umgelegt. Hurra. 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 So. Ich wusste doch, dass da was faul ist. Blöde Schlampe, Alter. Aber halt, 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 halt. Das wollen wir ja nicht gönnen. So. Jupp. Der Riss ist alles ruiniert. Haust du rein, Bitch. Hehehehehe. Ah, 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 ah. So. Gut. So viel erstmal dazu. Ich hab mich mega erschrocken gerade mal. Ohne Scheiß. Ich hör nur noch die Slaps. Ich hab nicht mal ein Zombie-Reich gehört. Also hab ich lieber mal die Waffe gezogen. Wie viel Knar... Wie viel Munition hab ich denn da eigentlich noch drinnen? In der Knarre. Wo ist denn nur meine Knarre? Ach, tsch. Na klar, die ist ja im Rucksack... Der im Rucksack drin ist. Hahaha. Aber okay. Aber okay. Aber okay. So. Dann guck ich mal, wie viel Munition hier noch drinnen ist. Die Knarre ist leer. Warum ist die Knarre leer? Load Ammo. Gut, wenn's anders nicht geht, muss man halt so machen, wa? So, ich hoffe, dass ich hier irgendwo mal Streichhälzer jetzt langsam finde. Weil langsam wird's mir kalt. Streichhälzer hier irgendwo. In so einem Haus sind da auch immer Streichhälzer drin, ne? Ja, komm, fickt euch, Alter. Mhm. Brauch ich nicht. Aber das Fressen, das nehm ich. Die wollten mir noch nicht erzählen, dass ich hier keine Streich... Ohne Scheiße, ich find einfach keine Streichhälzer. Oh. Drink, 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 drink. Hydrated. Drink, 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 drink. Hellgrün hydrated. Hervorragend. Ja, man. Wir haben's verstanden. Ja, durch deine Sturmmaske trinkst du Wasser. Na klar. Was ist denn eine Logik? Äh, WTF? TBS-Mazzer verliebt Verbindung. Hm. Aber schade, dass mir nicht angezeigt wird, wer umgelegt wurde. Das hätte mich doch mal zu gerne interessiert. Ja. Alter, ich brauch Streichhälzer. Okay, ah, geh mal hier, fressen. Fressen, fressen, fressen. Fireplace get pristine. WTF? Na, vielleicht hab ich ja hier Glück. Ne, da ist nur eine Mütze. Warum sind die Türen... Warum sind die Türen eigentlich immer offen hier? Ja, etwas komisch, aber egal, was soll's. Was haben wir denn hier drin? Ah, eine Splitting-Axt. Und ein Hammer. Hm. Scheiße, ich brauch Streichhälzer. Oh, komm, bitte lass da drin eine Streichhälzer sein, bitte. Ja! Na, endlich. Es wurde ja auch mal Zeit. Meine Fresse, ey. So, ich muss immer kurz was gucken hier. Wo ist denn mein Fireplace-Kit? Da ist es. Das sieht ja mal geil aus. Das sieht mega geil aus gerade, Alter. Das sieht übergeil aus. Mal gucken, was passiert, wenn ich die da drin lege. Ja. Auf jeden Fall mega fett, Alter. Äh, der fuck? Ich wollte schon sagen. Ein Fireplace-Kit, was pristine aussieht. Das ist ja mal mega geil. Aber nun gut, Leute. Äh, ich mach hier einen Cut und, äh, werde dann schön hochladen. Also, äh, ansonsten Däumchen hoch und, äh, Whisker, bis später. Und, äh, das ist ja mal geil aus. Und, äh, das ist ja mal geil aus.